so und damit herzlich willkommen zur zweiten episode zu dem thema bootstrap und im heutigen video geht es dann darum wie installiere ich überhaupt bootstrap denn das ist ja recht wichtig wenn wir bootstrap in den nächsten videos weiter verwenden wollen ja auf der startseite den link dazu wie immer in der video beschreibung könnt ihr dann hier direkt auf download bootstrap klicken da kommt ihr dann auf diese seite hier und dort habt ihr hier die möglichkeit bootstrap zu downloaden hier gibt es noch zwei andere sachen aber die sollen uns erst mal nicht interessieren vielleicht gehen wir irgendwann mal auch noch auf sas ein aber jetzt erst mal normal hier download bootstrap das habe ich schon gemacht deswegen kann ich eigentlich direkt wieder abbrechen aber das ganze habe ich jetzt hier in dem ordner drin so und was wir damit machen müssen wir müssen die datei erst mal entpacken benutzt dafür einfach winra also ich mache das jetzt mal einfach hier hier entpacken ihr könnt dafür winra nehmen oder ich glaube es gibt irgendwas 7zip oder so ich kann euch mal dazu auch den link in die video beschreibung packen falls ihr das noch nicht habt so wir haben dann in diesem ordner drei ordner einmal ein js ein fonts und ein css diese drei ordner brauchen wir und die packen wir in unserer in unser haupt verzeichnis quasi wo wir dann auch unsere index datei dann später haben oder halt unsere webseite haben und ja jetzt habe ich das gerade hochgeladen auf den server jetzt können wir mal hier in den editor reingehen und jetzt schauen wir mal an was wir hier machen können so erstmal habe ich jetzt hier noch nichts drin stehen aber wir sehen jetzt hier links da haben wir einmal einen css ordner einer fonts und jst die wir hochgeladen haben und hier haben wir im css ordner ein paar dateien drin so warum es jetzt so viele sind ist erstmal jetzt nicht so wichtig aber wir brauchen auch nur zwei dateien von diesen hier so und einmal haben wir hier eine bootstrap.css und hier einmal eine bootstrap.min.css was ist der unterschied der einzige unterschied ist dass das hier wie ihr sehen könnt so schön formatiert ist und das bootstrap.min.css wenn es dann mal lädt ihr seht schon den unterschied das ist dann nicht mehr so schön formatiert aber es hat den vorteil dass es quasi beim laden etwas schneller ist weil es weniger speicherplatz braucht so deswegen nehmen wir auch nur die bootstrap.min.css und ich lösche mal hier die bootstrap.css und die bootstrap.min.css weil die mir gleich sonst in den weg kommen so einmal löschen und dann gehe ich hier zu bootstrap.min.css und benennen die halt um dass die einfach nur bootstrap.min.css heißt und die bootstrap.min.css da gibt es auch einmal eine bootstrap.js und eine bootstrap.min.css ich tue einfach mal hier die bootstrap.js löschen und benenne diese hier um in bootstrap.js so jetzt können wir theoretisch auch erstmal anfangen wir brauchen nachher noch was was wir runterladen müssen aber wir können jetzt hier schon mal die Hauptstruktur machen so natürlich falsch angefangen so hier html html gleich mal wieder schließen und dann brauchen wir hier einmal ein head und ein body so was schreiben wir in den head rein in den head schreiben wir rein link rel gleich und dann style sheet ein href und da rein müssen wir jetzt den pfad einfügen wo denn unsere datei liegt in dem fall im ordner css slash bootstrap.css dann schließen wir hier den link wieder ich kopiere mir das einfach mal kurz rüber so noch einmal hier und da kommt die bootstrap theme.css rein so jetzt müssen wir auch noch das javascript laden was wir hier unten haben das machen wir auch ganz einfach indem wir hier machen style source und fügen hier genauso den link ein in dem fall js und dann bootstrap.js so style tag auch wieder schließen und jetzt haben wir theoretisch bootstrap schon mal installiert was brauchen wir das bootstrap funktioniert wir brauchen jquery und das müssen wir uns jetzt auch mal runterladen was ihr dafür macht ihr geht einfach hin und downloadet jquery direkt hier auf dem ersten link der link dazu ist auch wieder in der video beschreibung aber ihr könnt auch schnell einfach in google suchen so wir gehen hier auf download und dann einmal die compressed production query 3.3.2.0 so einmal behalten klicken hier und dann haben wir eigentlich schon die datei also ich ziehe die mir mal auch in den js ordner hier mit rein dann können wir in atom wieder gehen ich muss das hier mal schnell neu laden und dann haben wir das hier drin wir tun die auch mal neu benennen weil der name ist sieht schon etwas blöd aus so haben wir hier jquery.js wenn ich das jetzt öffne werdet ihr auch sehen das ist auch so ja kleiner formatiert ist dann auch besser zum laden so und dieses müssen wir dann vor der bootstrap.js laden weil bootstrap nicht funktioniert bevor jquery geladen wurde also sagen wir warum auch immer ich star style eingegeben habe sorry da muss natürlich skript rein source und dann js jquery.js so jetzt wollte ich schon wieder schreiben so hier natürlich auch skript also keine ahnung wie ich auf style gekommen bin aber hier muss auf jeden fall skripten gut also soweit so gut wenn wir jetzt theoretisch mal unsere seite hier neu laden sehen wir noch nichts also ja wie kommen wir jetzt überhaupt dazu dass hier irgendwas angezeigt wird beziehungsweise dass wir wissen dass es überhaupt funktioniert und das machen wir indem wir hier einmal einen div machen mit der klasse container schließen wir das hier unten und jetzt tun wir hier einfach mal eine component einfügen die ich mal hier geöffnet habe ich möchte einfach mal hier so eine link liste zum beispiel haben ich kopiere mir ja das das könnt ihr natürlich auch auf der bootstrap seite finden also get bootstrap components da ist auch ein link oben und dann fügen wir das mal hier in unserem content da nicht hier ein und jetzt wenn wir dann mal hier neu laden sehen wir hier werden uns wird uns dieses element angezeigt ja wie das ganze hier funktioniert und so weiter das werdet ihr dann im nächsten tutorial sehen da werde ich nämlich auf das grid eingehen also dass die seiten danach auf dem handy sowie auf dem tablet oder pc halt unterschiedlich dann aussehen dass man das alles so anpassen kann und ja dann würde ich mich bedanken fürs zuschauen dieses tutorials in der video beschreibung werdet ihr wahrscheinlich die playlist zu den ganzen bootstrap tutorials dann finden damit danke ich mich nochmals fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten video